Der Name Ferdinand Irvine Das ist der Journalist, der im Zusammenhang mit Nico in dem Zeitungsartikel erwähnt wird Hinter seinem Namen steht Mouvage 12, das Hotel Ubu Nico tötet Bürgermeister Nico wird verhört, taucht dann unter Reporter behauptet, belastende Beweise zu haben Nico taucht wieder auf und hat Irvines geheime Adresse auf ihrem Computer Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache Und nicht nur, weil ich mich anhöre wie André Bis zum nächsten Mal